Meine Mission war es, das Vertrauen der Schimpansen zu gewinnen. Ich war ein Eindringling, war die Fremde. Man diskreditierte meine Forschung mit dem Argument, ich sei ein junges, ungebildetes Mädchen. Schritt für Schritt durfte ich in die bis dahin unbekannte, magische Welt der wilden Schimpansen vordringen. Die deutsche TV-Premiere Jane, 17. März, 21 Uhr, auf National Geographic. Schritt für Schritt durfte ich in die bis dahin unbekannte, magische Welt der Schimpansen.